. 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 Was ist das Land, was der Wiesinger hier unten verkaufen will? Da ist auch ein paar Wälder, was ist das? Ja, da ist eine kleine Ecke, ist das so. Aber was willst du das Land kaufen, was willst du da noch arbeiten? Ich kann nicht, ich bin ein Präsentat. Ach so, nein, der Präsentat ist leer, sie sind ja auch ganz nie geschult, mein ich. Ja, da muss ich aber immer was drauf machen. Ja, aber ist das nicht schön in der Stadt, kann man wohnen da so? Jo, und all das ist sehr gut, jo. Ja, aber was willst du denn, wo kann ich? Bist du Tüttbedreiber, ich kann dir was sagen? Ja, ich hätte keine Ahnung mehr. Ja, komm ich an mit. Soll ich Ola, will er sie nicht? Der Junge der auch nicht? Ja, ja, das ist wahr. Aber ich meine, ich darf den vom Pumputzen. Ja. Ich sage dir, ich putze, ich kann es sehen. Ja, ich habe es nicht hobe, den. Ja, aber was willst du denn planten? Eiernot. Not? Ja. Ja. Ah, meinst du, das lohnt noch nicht? Das lohnt nicht. Eiernot. 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 Ja, du bist ja auch ein Prozentat. Dann kommt noch so extra drin. Ja. Muss ich doch weiter, Kassi. Du kannst doch ein paar Mal gucken. Ich weiß nicht, ob es plant oder nicht. Ich kann es auch grübeln. Ich werde singen. Ja, ich kann dich bloß auch da erzählen. Du kannst bloß gauere Wissinger sehen. Wie ist es nicht? Gauere Wissinger, sag ich? Ja, das sind wir. Ja, da bin ich dann. Ich werde es kippen. Ja, ja. Wie? Wir wollen den ganzen Tuffel hier umsammeln und planten. Und das ist ja fair. Ja. Das ist ja cool, man. Das stinkt auch. Ja. Ich tue hier. Ja. Ich tue hier. 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 Was geht? Ja. Was mache ich hier? Puffeln umsammeln. Wir wollen ja planten. Das sind ja voll, voll mein Geil. Ja, ich tue hier Tuffeln. Wir wollen ja planten. Ja. Ich will auch ein paar planten. Hast du einen Hack? Ja. Zurufe. Ja, ich tue hier. Du hast ja eine Plank. Ja. Ach, gut. Ich tue hier nicht. In zwei Vesen noch im Karton. Ach nein. Du hast ja eine Plank. Nein, 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 nein. Du bist schonakosentrat. Du hast ja noch nicht mehr. Ein Graschen, oder ein Klein? Das ist ja gut. Was kommt damit? Das ist ja gut. Und? Das ist ja gut. Ja, ich tue hier nicht mehr. Oh, das ist ja gut. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Ich würde es. Ja, wir sind in der Nagel her! Schlappe soll eure Aufrede her! Die auch, mich auch hier! Jux von der Janne! Ich will doch gar nichts mehr! Hux, wer fliegt da? Alles gut! Ich bin herzlich willkommen! Was ist denn da los? Ich würde sagen, wir haben es nicht. Hast du einen Kahn von meinem Bein? Ja, das haben wir auch gemacht. Ja, ich bin da ein bisschen geflüchtet. Da wäre eine Krüte noch gekommen, ich würde mir vorsehen. Ach so, hier steht es so. Ah, da muss ich ein bisschen Reichen machen. Warte sehen, was du liefst. Ah, eine Grammasonie manchmal. Das ist alles kaputt. Große von der Schläge. Ah, muss ich halt ausspüren. Das ist ein bisschen Zitron und das ist die Reichen. So, das mache ich auch noch. Juuu, das geht Reichen damit. Das muss ich sagen. Ja, das hast du aber noch geplant. Ja, ich kann da werfen. Ja, das ist ein bisschen Reichen. Ja, das hat er geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Und der Reichen, das ist nicht mehr bereit. Nein. Nein, das ist alles ein schlechter Nachbar. Ja, Schöne, bitte Eichen zur Rutehalle hier. Ja. Ich muss es auch Leicht haben. Was sind Schöne, Eichen? Ja, das ist ein Schöne, Eichen. Eichen muss ich gleiche lassen. Die Leas werden hier hin. Ich komme da bei mir. Ich komme da bei mir. Komm her, du weinen! Ja, alles gut? Ja, das ist schön. Ja, das ist schön. Ja, das ist schön, Schöne. Und auch ein Graut? Ja, sogar klein, Mann. Ja, das kleine Aasle. Ja. Ja. Was musst du denn? Ich... Wo war die Miljmaschine hier? Von Miljö in Stamm. Ja, klar, klar. Aber nicht nur, und ich hier jetzt Miljöplände. Ja. Aber wir haben es noch nicht gepackt. Ja. Nein, nein, das ist rein da. Ja, wir haben die Maschine da. Nämlich. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Hast du auch paar Miljöplände? Nein, das habe ich nicht. Aber ich weiß nicht, warum der Hebeweckte, von der Hebe in deinem Pack. Ja. 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 Hallo. 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 Hei, will man auf die Party, ich hätte noch nicht mehr Miljöplände. Ja, und hätte keine Flitkan mitbekommen. Werde nicht? Nein. Nein, nein, nein. Ich gehe hier zu Gräble. Der Meisch, der hätte noch nicht aufgehört. Mein Flitkan, mein Hack, ja, und meine Maschine, die Miljöplände. Da habe ich kein Hackbohnen hier. Ja. Ja, ja. Dann, lass dich alle weg. Porne schlafen. Die Tiere treppen da auch wieder. Da kriege ich. Da kriege ich mich mit. Ja. Hey, her. Geht da. Was ist das? Ich kann dich vor der Hebeweckte. Ja, was ist... Ja, ich... Ich... ...wann hast du einen Däupen? Was noch? Ich habe hierher zu Coquenham und Nähglen. Ich habe ein paar Picks annehmen. Ja, aber... Küsst du mir die Haken hier, und die Flitkan, und die Medienmaschinen, den Plan, küsst du mir deine Beine? Ich kann sehen, ich bringe dich da, Moi. Ja. Ich bringe dich da. Ja, aber, ich kann die Beine einen auf den Kopf schlafen. Dann bringst du dich da, Moi. Ja. Wieder her, oder? Ja, aber, ich geh dir da, Moi, werd ab. Ja, das ist kalt, so. So lange. So lange. Aber, wenn du dich da, Moi, Freunde, bringe dich, aber, da kannst du dich noch. Ich nehm dich schon bei dir, lieber. Ich kann auch etwas freien admits gehen, wo wir passen etwasHyperchw thee. Ich hab rühnet dich mit ihr machen. Ich hör der Grund und nie so alles 변ieren. Es ist ja in вещи Medienmarschinen, jetzt. Ich hör mir es genauso ein paar Worte, nu bleib Deutschland, ich fr 축en auf, wenn magst du Menschen nicht vertreten. Ja.